Viele von euch werden bald zum ersten Mal ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen. Das wird ein Schock, aber keine Angst. Ich bereite euch vor auf den Albtraum. Zur Arbeit fahren mit ekligen fremden Leuten. Oh Gott, ja sorry, das war jetzt nicht persönlich gemeint. Einige werden das einfach nicht schaffen. Und was dann kommt, kann man leider nicht beschönigen. Niemand weiß warum, aber in jedem Bus gibt es immer irgendein, dem sein Döner komplett mit alles nur schmeckt, wenn die möglichst viele Leute dabei zugucken und riechen. Noch schlimmer ist nur, der blöde Hipsterstudent mit dem Longboard. Au, oh Mann, au! Übrigens auch eine super Idee, das 9-Euro-Ticket ausgerechnet im Sommer einzuführen. Wo ist jetzt meine Brieftasche? Umsteigen in die fucking S-Bahn nach Köln-Portz. Gott, steh uns allen bei!